Bei jenen Wetter! 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 Ich bin sehr, sehr glücklich für die Generationen, die vor mir kamen, die wirklich zusammenarbeitet haben, um zu erinnern, um zu schaffen Europa und die es für eine Demokratie ist, für Freiheit und besonders für Frieden. Es gibt keine Worte zwischen den Ländern und der EU. Das ist der größte Erfolg! Ich finde es gut, dass in diesen Zeiten, in denen alle nationalisten sind, wir kommen und zeigen, dass wir nicht alle so sind. Es gibt gute Dinge über die Europäische Union. Wir kommen bei der Jenen Wetter! Untertitelung des ZDF, 2020